Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West, hier an dieser Stelle, an der ich das letzte Mal dermaßen pisst aufgehört habe und auch aufhören werde. Stattdessen werde ich jetzt andere Dinge tun. Ich werde mich jetzt langsam, aber sicher, in Richtung Ende bewegen. Ich werde mir erstmal einen Weg hier rüber schaffen. Ich werde nochmal ein bisschen die Ländereien erkunden, um herauszufinden, wo gibt es eigentlich so ein paar Waffen, ein paar neue Bögen oder so, die ich mitnehmen kann. Vielleicht auch nochmal ein klein wenig Items sammeln, um die Bögen und vor allem die Rüstung aufzuwerten. Machen wir doch so etwas. Und einen wunderschönen guten Abend, Magus. Schön, dass du da bist. Und natürlich auch liebe Grüße an all die anderen Twitchies, die noch von The Outer Worlds mit dabei geblieben sind. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend an den guten André, an Tommy, an Morgan, an Retro und natürlich an Sascha. Und natürlich meiner persönlichen Heilamieze, die jetzt auch mit eingeschaltet hat, weil sie endlich zu Hause ist und wir deswegen auch das Spiel gewechselt haben. So, ähm, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen, wie gesagt, jetzt hier nochmal ein bisschen, ah ne, dich nicht, Waffen zu suchen. Waffen, 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 Waffen. Wir brauchen ganz viele Waffeln. Denn frisch gekochte Waffeln ermöglichen es uns gegen die anrollende Bedrohung. Oh, hi, André. Ähm, her zu werden. Fremde, ich biete dir einen ehrbaren Hatz. Oh, hi, Schatz. Waffeln und Chips und Bier. Genau das wollen wir. Seltene Gegenstände. Guck mal, hier haben wir doch was. Garde Jägerbogen. Ein Jägerbogen. Wenn wir uns vergleichen können. Wir haben, ja guck mal, der ist jetzt schon wieder besser. Ach ne, Moment, wir haben hier einen Sucherbogen. Wir könnten vielleicht nochmal diese Schleudern mitnehmen. Nehmen wir mit. So, kaufen und ausrüsten. Klick. Haben wir hier. Todesröcheln, äh, Todesröcheln Kriegerbogen. Der ist auf Feuer ausgelegt. Macht genau das gleiche. Sollten wir uns vielleicht auch mitnehmen. Einfach damit wir Feuer haben, damit wir Eis haben. Nehmen wir mit. Komm. Wir haben das Geld. Nur kaufen. Können wir auch im Kampf umrüsten, glaube ich. Beim Bier bist du schon. Oh, pulverisierter Stachelwerfer. Wir haben ja auch einen Stachelwerfer. Der ist auch dezent besser. Als den, den wir schon haben. Wer damit. Kaufen und ausrüsten. Gegen den hier unten. Und. Okay, da können wir nichts machen. Dann. Wollen wir nochmal schauen, ob wir. Also das waren. Zumindest Waffen. Kriegerbögen sind schnell feuernde Bögen auf kurze Distanz. Das kennen wir doch schon. Können wir hier noch irgendwas aufwerten? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ja, schaut doch mal. Auf jeden Fall können wir hier noch ein bisschen was aufwerten. Ja, das machen wir auch direkt. Zumindest einmal auf Stufe. Ähm. Um eine Stufe erhöhen. Nur damit wir. Damit wir die Dinger zumindest eine Stufe drüber haben. Wir bereiten uns wirklich hier jetzt mal so ein bisschen auf den. Auf den letzten Kampf vor. Äh. Outfits. Upgrades. Genau. Da wollen wir natürlich. Schauen wir mal. Schauen wir. Schauen wir uns einfach mal. Ein bisschen um. Wo wir für die. Waffen. Für unsere Updates. Upgrades. Was finden können. So. Okay. Sowas wie. Komm. Nehmen wir den hier. Nehmen wir erstmal den Jägerpfeilkircher. Einfach weil. Mehr Pfeile sind nie verkehrt. Das wissen wir. Dafür müssen wir hier rüber. So. Wird eine etwas. Ähm. Weirder Folge würde ich sagen. Weil wir hier jetzt hauptsächlich damit. Jetzt hauptsächlich versuchen. Lachse zu fangen. Moment. Barschhaut meine ich natürlich. Aha. Wo war das. Und abtauchen. Schön. Dass wir wieder hier. Mitten am Tag unterwegs sind. Ja. Das sieht doch nach einem Barsch aus. Barsch. Wie genau fange ich die denn jetzt am besten. Unterherschwimmen. Unterherschwimmen. Hältst Barsch. So. Barschgeräte. Aber wir brauchen nicht die Barschgeräte. Sondern wir brauchen Barschhaut. Aber wir wissen zumindest schon mal. Wie wir die Barschdinger bekommen. Hinschwimmen. Dreieck drücken. Deutlich, deutlich einfacher. So. Ja. So. Mondfischhaut. Komm. Fischi. 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 Man muss. Sehr nah ran. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Dass man hier. Dem Kroki nicht zu nah kommt. So. Wie sieht es denn hier mit Manta. Teugs aus. Muss ich die Manta. Kann ich die Manta auch irgendwie benutzen? Ne. Manta sind keine Rohstoffe. Das ist. Das ist gut zu wissen. Präzisionsfeilköcher. Dafür brauchen wir die Mondfischhaut. Ja perfekt. Ganz ehrlich. Das ist schön, dass wir die hier finden. Auch wenn das jetzt. Auch wenn ich eigentlich hauptsächlich Barsche haben wollte. Bomfischi. Bomfischi. So. Präzisionsfeilköcher. Haben wir scheinbar jetzt vollzählig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Barsche. Und das ist nicht zu knapp. Was ist das hier für ein komisches Gewächs? Eine heilende Seepflanze. Danke. Schön, dass diese Seepflanzen hier die gleichen Bärchen. Oh. Okay. Ein Wunder, warum ich keine Barsche finde. Die gleichen Matts fallen lassen. Wie die Pflanzen auf Land. Da hat sich Gaia aber gar nicht so viel Mühe gegeben. Okay, schwimmen in die richtige Richtung. Dann müssen wir nach Barschen suchen. Wir brauchen Barsch heute. Ich nehme trotzdem hier die Monddinger mit. Wenn wir schon hier unterwegs sind. So, wir sind jetzt auch im Barschgebiet. Da ist einer. Drei. Nein. Ah. Dann vorbeigeschwommen. Komm her, hier Fisch. Barschgräte. Immer noch nicht das, was ich will. Wird Zeit, dass es mal wieder Tag wird hier. Ich will ein bisschen mehr sehen können. Da vorne flitschen wieder ein Barsch durch die Gegend. Das ist so spannend. Ich bin richtig nervös und aufgeregt. So Barschgräte. Barschhaut, wenn ich bitten darf. Reden interessieren mich nicht so. Na also. Äh, toll. Ich brauche zwei Barsch heute. Aber es wird schon wieder Tag. Man sieht es. Es wird heller. Da schwimmt doch einer. Weil, wenn ich dann einen größeren Kircher habe, dann kann ich nämlich mehr, oder generell auch mehr Materialien mitnehmen könnte. Wäre es natürlich super gut. Da unten ist aber doch was. Ne, du bist nur ein Manta. Manta, da ist ein Barsch. Vielleicht sollte ich doch noch mein, ähm, mein, mein Inventarköcher aufbauen. Damit ich mehr, mehr Matsch schleppen kann. So, Barschhaut haben wir. Yay. Dann brauchen wir die schillernden Krabben. Aufgaben. Achso, Rohstoffbeutel. Wir können den Roh... Ne. Den Rohstoffbeutel müssen wir noch die schillernden Krabben sammeln. Machen wir hier Lachsgräte. Serienhundzeugs. Präzisionsfeilkücher können wir machen. Das ist für die... Das ist für die Rüstung. So, Filler-Krabben-Panzer. Für unten, oder was? Da? Was geht denn? Ich muss doch hier... Irgendwo... So, diese Schiller-Krabben geben. Vielleicht auch hier einfach an Land. Das kann ja auch sein. Aber ich habe auch Krabben schon gesehen. Wo habe ich einen Krabben gesehen? Ich habe Krabben bei den Ruinen von San Francisco gesehen. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den Ruinen zurück. Von Lan Francisco. Hier. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich hier Krabben gesehen habe. Die Frage ist nur, ob das auch die richtigen Krabben sind. Da ist auch schon einer. Okay, so geht das anscheinend nicht. Brauche ich die nicht auch für irgendwas? Breitschlund glaube ich nicht. Breitschlund waren das nicht. Das waren die Krokodile, die wir brauchen. Das waren die Krokodile, die wir brauchen werden. Okay. Was haben wir hier? Drohne haben wir da. Vielleicht immer noch nicht weiß, wie man da hinkommt. Breitschlund. Schatangenerator. So ist es halt eben. Wie häufig in Küstengebieten zu finden sind. Okay. Küstengebiete. Wenn es so ist, dann müssen die ja irgendwo hier auf der Seite rumflitzen. Beziehungsweise gegebenenfalls auch hier unten. Wo dieser Dino rumdonnert. Dann nochmal darüber. Zurück. Vielleicht finden wir auch hier irgendwas. Das ist zwar Küstengebiet, aber sind die denn auch an Land oder sind die eher im Wasser? Ich weiß es halt eben auch nicht. Weil ich habe schon Krabben gesehen. Aber ich könnte jetzt nicht direkt sagen, wo die zu finden sind. Aber ich finde das nicht verkehrt, hier ruhig nochmal ein bisschen Upgrades. Also zumindest ein oder zwei Upgrades zu holen. Um nochmal ein bisschen mehr Wumms in die geilen Waffen zu drücken. Und vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ist bei der einen oder anderen Waffe nochmal ein Upgrade mehr drin. Müssen wir schauen. Moment. Oh, da wird es mir noch angezeigt. Kluge. Ich bin eine richtig kluge Person hier. Machen wir es mal Zelda-like. Klug. K-L-U-K. Oh, Schlachtrücken. Brauchen wir den Schlachtrücken für irgendwas? Weil das ist nämlich doch ein bisschen ein etwas härterer Kampf. Schauen wir mal ganz kurz. Schlachtrücken. Knappmaulgewebe. Pirscher-Tarngenerator. Kleinbrecher-Grabeklauer. Ne. Also zumindest ist der Gegner für uns nicht relevant. Das ist gut. Oh, hier grunzen die Schweinchen. Und die sind auf jeden Fall an Land zu finden. Da zum Beispiel. Ach, das sind ja quasi Hummer. Komme ich denn an die dran? Komme ich denn an diese Hummer dran? Müssen sie mich da ganz langsam anschleichen oder wie? Erstmal. Na gut. Den habe ich verkackt. Aber er wird mir weiterhin angezeigt. Ne, jetzt nicht mehr. Sobald der sich einbuddelt, sehen wir den nicht mehr. Ach, verdammt. Ich habe eine Idee. Warum greifen wir das Ding nicht einfach mit einem Pfeil an? Wer macht das nicht? Hummer jagt mit Pfeil und Bogen. Oh, guck mal. Geht doch. Geht doch. Das ist ja gar nicht so schwer. Und schnell hier wieder weg. Bevor der Dicke mich sieht. Weil auch wenn ich Bock auf den Kampf habe, will ich es dann doch irgendwie nicht so ganz ausreizen. Und eins. Und zwei. Aber immer noch nicht das, was ich brauche. Was brauche ich von den Clown? Von den Dingern? Ich brauche von denen... Nee. Aufgaben. Krabbenpanzer. Braucht den Krabbenpanzer. Ich hoffe, dass die ein relativ einfaches Respawn-Verhältnis haben. Scheinbar ja. Das wird gar nicht mehr so verkehrt. Ich glaube, der Große sieht mich hier hinten gar nicht. Was ein bisschen weird ist. Der olle Spinosaurus-Verschnitt. Also ich bekomme Hummerpanzer. Es sind auf jeden Fall die richtigen. Müssen Schiller-Dingsbumsis sein. Schillernder Krabbenpanzer. Okay, ich habe nur Krabbenpanzer bekommen. Aber noch keine schillernden Krabbenpanzer. Liegt auch daran, dass ich gerade feststellen durfte, dass es hier zwei verschiedene Arten von Krabben gibt. Es gibt die Krabbe und es gibt die Hummer. Gute Nacht, Retro. Schön, dass du da warst. Und bis bald. Ich meine, auch wenn wir die jetzt hier nicht brauchen, können wir die jetzt trotzdem einfach mal mit. Natürlich sind Hummer keine Krabben. Hätte ich mir natürlich auch denken können. Ja, ja. Und ihr Pelikane haut jetzt mal schön ab. Da ist eine von den gesuchten Krabben. Ha! Und gefunden. Schillernder Krabbenpanzer. Perfekt. So, bevor wir jetzt hier weitermachen. Aufgaben. So, ich gehe zur Werkbank. Lachsgeräte. Für den Jägerfeilkücher brauchen wir noch Lachskräten. Holen wir uns natürlich. Gar keine Frage. Sind denn nur 2000 bis? In diese Richtung. Ejee. Da war ich ja noch gar nicht. Irgendein Ort, der näher dran liegt. Ja. Der hier scheinbar. Dann gehen wir da hoch. Wie gesagt, zumindest ein bisschen. Wir müssen uns nochmal für die letzten Fights vorbereiten. Wenn wir hier unterwegs noch Kaninchen finden, können wir ja auch noch gleich ein paar Kaninchen heute sammeln. Aber die brauchen wir ja auch noch an irgendeiner Stelle. Eule! Eine Eulette. Habe ich nicht hingeguckt, wo ich hinlaufe. Aber das macht nicht. So. Ja, das ist schon weiter Weg, ne? Hallo, Wildschwein. So, einfach mal hier runtergleiten. Vor allem interessant wird es dann an der Stelle, wenn ich, äh, wenn ich irgendwelche Roboterviecher besiegen muss. Und die werde ich auf jeden Fall besiegen müssen. Wegen den, äh, wegen den Rüstungen. Weil bessere Rüstungen, also eine bessere Rüstung, als die, die ich jetzt habe, gibt es nämlich nicht. Also es gibt keine ultra krass Cyber-Mech-Rüstung, wie wir sie aus, ähm, Zero Dawn kennen. Was ich sehr schade finde, weil ich habe die hart gefeiert. Ich fand die zwar auch ein Stück weit OP, weil sie ja die Lebenspunkte, oder weil die halt eben extra Lebenspunkte hatte und die sich immer regeneriert hat. Und war schon ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie auch ganz geil. So, wir sind gleich da. Vermutlich nur noch hier hoch und da oben wird es dann irgendwie so eine Art Tümpel oder sowas geben. Wo wir dann auch wo wir dann den Lachs finden können. Na, siehste mal. Ach, nicht die Pflanze, Aloy. Lachs. Hol dir den Lachs. So, Lachsgräte. Haben wir. Klingt tatsächlich überraschend flott. So, wir sammeln lieber noch ein bisschen mehr Lachs. Nur für den Fall der Fälle. So, den Lachs haben wir auch. Inis haben wir Lachs. Das sind Kräuter, die ich nicht kenne. Nehme ich mit. Und da flattert schon wieder so ein Fisch durch die Gegend. Du entkommst mir nicht. Du siehst, schwimme ich schneller als du. Hier ist mir hinkommen. Der blöde Fisch. Das Wasser fühlt sich an, als ob es gleich friert. So. Auf zur nächsten Aufgabe. Metallscherben. Easy. Krankbeutel. Präriehund. Knochen. Kaninchenhaut. Das ist eigentlich super einfach zu finden. Und hier haben wir auch Stürmer. Stürmer sind auch nochmal ganz praktisch, weil wir die gegebenenfalls überbrücken können. Und wir dann auch wieder ein Reittier haben. Wäre super gut. Denn irgendwie sind uns die Reittiere ausgegangen. Ich weiß einfach nicht, was mit ihnen passiert. Die sind auf einmal, ich bin jetzt auf gleich weg. Mir fällt auch auf, dass wir wieder unglaublich viele Fertigkeitspunkte haben. Die wir mal ein bisschen ausgeben können. Diese Häckslerangriffe, die sind uninteressant, finde ich. Oh, Schützenbogen. Der Affe noch Punkte ausgeben. Stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Wenn ewig keinen stillen Schlag mehr kann. Mehr Reiß. Oh, Moment. Was haben wir hier? Bei Tarnung mehr Stoßschaden. Aber das ist hauptsächlich Tarnung hier, ne? Dann gehen wir nochmal lieber auf die Maschinengeschichte weiter. Berittene Verteidigung. Klingt interessant. Maschinengesundheit erhöhen. Immer gut. Das nehmen wir auch. Oh, wir gehen auf jeden Fall auf die ganz unten. Weil das ist nämlich dauerhafte Überbrückung. Das ist nämlich richtig geil. Dann können wir nämlich unsere Freunde so richtig hart unterstützen. So. Das wäre geil. Wenn das klappt. So, Präriehund. Jetzt muss ich Präriehunde suchen. Ich bin schon im Gebiet. Ne, ich bin noch nicht in dem Gebiet. Ich muss noch ein bisschen. Ich muss hier noch ein bisschen weiter. So, ich gucke wie gesagt gleich mal ob ich mir hier jetzt nochmal ein Reittier dann holen kann auf diese Art und Weise. Weil eigentlich müssten wir die ja überbrücken können. So, erstmal her mit den Steinchen. Was sind sie denn? Da sind sie. Und ab geht's. Mal gucken ob mein ob mein Spielchen hier aufgeht. Okay, das heißt dann wohl nein. erschreckt. Da komm ein bisschen näher. Bringt mir nichts was du da tust. Diese Dinger einfach Angst vor hohem Gras haben. Was erwarten sie dort? Pokémon? Los, sei neugierig. Geh da rüber. Na also. Geht doch. Damit habe ich zumindest schon mal wieder ein Reittier. Hat ja auch lang genug gedauert. Und dann können wir jetzt weiterlaufen. Um die Präriehunde zu holen. Ja. Gut. Dann kümmern wir uns erstmal um euch. Ich setze nach. Und? Ach. Rocket. Nummer eins. Nummer zwei. Aha. Wir beide wollen uns hier irgendwie nicht so ganz gegenseitig an die Gnerin merke ich gerade. Er hat Angst vor mir. Ich habe Angst vor ihm. Das finde ich sehr witzig. Oh fuck. Was war das denn? Kommt. Kommt dieser Angriff her. Warum kommt denn hier auf einmal solche Robbys äh solche Dudes an? Schau gut wie alle sind hier. Rebellen Soldaten einfach aus dem Licht. Oh. Wo kommt hier denn auf einmal her? Nein. Och man. Die zerstören. Ich habe hier gerade mein neues Fahrzeug geholt und ihr Kacklacken kommt hier aus dem Nichts und meint einen auf dicke Hose machen zu müssen. Das sehe ich ja gar nicht ein. So. Bin fort. Ich werde mich jetzt mal um meinen kleinen Freund hier kümmern. Bevor der Bevor der endgültig ist. Dauernd nicht. Oh. Hab dich. Ich komme schon. Du bist erledigt. Du scheiß bin ich. Ich will. So. Weg. Und jetzt will ich aber auch hier meinen Roboter vor allem der ist kurz vorm abnippeln und geschafft. Da stecke ich ein. rechtzeitig geschafft. Ich wusste es. Da scheint noch irgendwer zu sein. Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Komm raus. Stell dich. Dann komm du doch raus. Ich sehe nur Schüsse. Ist der Gegner unsichtbar? Nee. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gerade meinen Freund hier geholt. Ja. Und dann auch gleich im ersten Moment. frech. Frech, 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 frech. Absolut frech. So. Hoch mit dir. Und erst mal weiter reparieren. Kostet ihr zum Glück nur Scherben. Davon haben wir ja noch ein paar. Trankbeutel. Trankbeutel. Kaninchenhaut. Hier kriegen wir Kaninchenhaut her. Du bleibst da. Ich gehe Kaninchenhaut holen. Ich finde keine Kaninchen. Weiter scannen. Aha. Da ist ein Nickel. Ich brauche ich... Oh oh. Zeit zu kämpfen. Na komm. Die Zeit nehmen wir uns mal. So. Nix gegen euch, meine Freunde. Aber hier steht mir für das, was ich eigentlich vorhabe, absolut im Weg rum. So. Dankeschön. Und jetzt lasst mich die Kaninchenhaut suchen. Da ist ein Kaninchenhaut. Hier sehe ich noch ein bisschen Kleinkram, den ich nochmal einsammeln könnte. Da ist ein Kaninchenhaut. Erwischt. Und Kaninchenhaut erhalten. Perfekt. So. Präriehunde sind auch gleich hier. Ausgezeichnet. Und? Ja, supi dupi. Haben wir alles, was wir wollen? So. Aufgaben. Haben wir. Haben wir. Knappmaulbeutelgewebe. Dafür müssen wir. Da nach oben. Und da nach unten. Dann, weil wir eh schon. Achso. Ja doch, weil wir eh schon hier unten sind. Gehen wir doch erstmal in die Richtung. Beim Schnappmäuler, ne? Ewig nicht mehr gegen diese euren Krokodilis gekämpft. Oh lol. Ich habe gerade eben aus Versehen ein Wildtier getötet. Einfach drüber gelaufen. Hoppla. I'm sorry. I'm absolut sorry for dead. Ja, ein bisschen. Ihr seht mich nicht. Ne, ihr seht mich nicht. Ich sehe euch auch nicht. So funktioniert das hier. Ist auch gar nicht so verkehrt, dass wir hier nochmal ein paar Ecken bereisen. Einfach damit wir hier nochmal ein paar Hallo Vogel. Ich habe keinen Bock auf. Weil wir dann noch ein paar Lagerfeuer freischalten können. Um uns hier nochmal ein bisschen mehr Schnellreise zu ermöglichen. Was haben wir denn da? Vollrücken. Was haben wir denn hier auch für irgendein Kram? Ach Leute. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt gartet ihr schon Hinterhalte gegen mich? Ich weiß nicht, ob ich heute die Story fertig mache. Aber ich werde auf jeden Fall die Story noch ein bisschen vorantreiben. Erstmal mein Auto parken. Jetzt mal gucken. Seid ihr Freund oder Feind? Über diesmal habe ich euch gesehen. Schnappmäuler sind unter Wasser bestimmt genauso schnell wie in der Nacht. Was habe ich denn das geschafft? Knappe. Wo bin ich denn? Geixen. Taktik. Klappe. So. Nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber gut. Wir sehen, die Gegner sind machbar. Wir müssen uns nur wagen noch weiter anzugreifen. So. Kann nicht sein, dass es nur ein Krokodil hier an diesem Gebiet gibt. Wie blöd wäre das denn? Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Also das finde ich jetzt echt ein bisschen schade. Aber gut. Dann gehen wir hier rüber und kümmern uns um die ähm um die anderen Dinger. Möge deine Klinge strahlen. Du bist nicht der Gäuterin. Bitte auf ein Wort. So. Oh geil. Wir können auch wieder unser unser Host hier rufen. Unseren Freund. Gut. Mit der Kleidung bist du unmöglich durch die Inspektion willkommen. Wir brauchen noch ein paar kleinere Gegenstände. Das wird jetzt nochmal sehr witzig, weil die Pürscher sind nämlich echt kacke mit ihren Tarn-Generatoren. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Sind wir denn überhaupt schon ne wir sind noch gar nicht richtig im Pürscher Gebiet. Ich wurde entdeckt. Da ist er. So. Achtel. Und. War es das mit ihm? Ne war es noch nicht. Jetzt aber. Fuck, fuck, fuck. So. Den ersten. Komm schon, komm schon. Und. Noch nicht im zweiten. Aber jetzt habe ich ihn. Und. Den nötigen Gegenstand erhalten. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Abgebrochen. So. Kreditverschlag. Und das war es mit dir. Oh, geil. Noch mehr Tarn-Generatoren. Minenwerfer. Eigentlich müsste ich hier noch irgendwo ein Pürscherteil rumfliegen haben. Steine ruhig aufheben. Kann man immer so brauchen. Ah, super. Eigentlich müsste hier doch noch ein kaputter Pürscher jetzt rumliegen. Ich habe doch drei besiegt. Sag ich doch. Ich wollte ihn nämlich erst mal besiegt haben, bevor ich anfange, sie zu looten. So. Perfekt. Damit haben wir den hier zumindest schon mal in unserem Repertoire. Ach, super. Da oben ist zwar eine Siedlung, aber ich muss da noch den Schnellreisepunkt freischalten. Das heißt, ich muss einmal kurz in diese Siedlung rein. Scheinbar. Machen wir mal eben schnell. Sind wir nur 200 Meter? Oder 200 Schritte. Und dann versuchen wir noch mal einen von diesen Schnappmaul-Dingern zu besiegen. Tatsächlich, vor den Pürschern hatte ich noch am meisten Angst. Aber die sind kacke. Die habe ich auch damals bei Zero Dawn schon nicht gemocht. Oh, eine Pflanze kann man immer gebrauchen. Vor allem, nachdem ich so viele gerade eben verbraten habe. Wir haben eigentlich noch so viele in unserem, in unserem Lager. Was eigentlich unnötig ist, die sammeln. Oh. Du darfst passieren, Verbündete. Ja, vielen lieben Dank. Das Signal des Flugschreibers kommt aus dem Laden dieses Händlers. Naja, ich muss ja auch nirgendwo hin. Schreiber? Wovon redet die? Komm, wir handeln. Rotes Haar? Scharfes Auge? Speer. Diese Zutaten sagen Nora-Kriegerin. Aloy, du hast Regaler im Hain besiegt, richtig? Kein Gerücht kommt in diesem Land an einem Kochtopf vorbei. Küchen hacken Fleisch und servieren den Klatsch. War das, was du der Tenak-Soldatin gesagt hast, nur Tratsch? Über Essen, das sie stärker machen kann? Glaubst du, Soldaten sind die einzigen mit Geschick? Klingen sind nicht nur für den Krieg. Schneide die richtigen Zutaten auf und du bist stärker im Kampf. Mit der korrekten Zubereitung. Welche Zutaten brauchst du? Etwas Vogelfleisch und eine Geheimzutat. Wenn sie geheim bleibt, werde ich sie kaum für dich bekommen können. Wildvogueleier. Die Soldaten fassen sie nicht an. Sie sagen, Krieger essen nur Fleisch. Doch, ein echter Krieger zieht Nutzen aus allem. Ja, sehr schön. Ich besorge dir die Zutaten. Schau her, Katha. Echte Soldaten sind in der Küche nicht feige. Du kannst die Eier auf der Insel in der Wüstenträne finden, einem See außerhalb der Mauern. Das Fleisch bekommst du von den Vögeln in den Gräsern an den Stränden. Bring mir die Zutaten und du bekommst deine Mahlzeit gratis. Toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sondern da ist die Händlerin. Flugschreiber-Quest. Das ist gar eine Flugschreiber-Quest. Schauen wir mal. Ein paar Reisepakete sollte ich mir noch mal ranholen. Würde ich sagen. Einfach damit damit wir wieder welche haben. Rohstoffe... Nö. Verkaufen. Wir haben doch sicherlich wieder verkaufende Wertgegenstände. Genauso Dinge, die wir nicht brauchen. haben wir. Dann noch mal ab zur Werkbank. Wenn wir schon eine Werkbank in der Nähe haben, dann nutzen wir die doch auch gleich. Outfit-Upgrade. Ne, hier fehlt mir noch das Schnappmaulgewebe. Mist. Beutel-Upgrades haben wir auf jeden Fall. Oh krass. Rohstoffbeutel können wir nicht mehr weiter verbessern. Das finde ich auch schon mal gut. Und den können wir noch doppelt verbessern. Damit sind wir hier jetzt auch schon auf ein Maximum angekommen. Perfekt. Perfekt, perfekt. Fallenherstellung, Outfit-Upgrades. Wie gesagt, hier fehlt uns leider noch ein bisschen was. Da kümmern wir uns jetzt aber auch noch drum. Auf zu den Schnappmäulern. Vielleicht finden wir da noch mal einen. Würde ich sehr, sehr geil finden. Ja, zwei sogar. Oh, zwei sogar. Yay. Nein, 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 nein. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, ein bisschen auf Distanz zu spielen, dann machen wir das doch mal eben schnell. Ach komm. Na, was soll's. Solange es nur der eine ist und nicht beide. Falscher. Falscher. Team Spoon. Wenn immer die Berührung alleine schon ausreicht, damit der Gegner ausdenkt. Nein, damit wir schon Schaden nehmen. Bann. So, Nummer 1. Und, sehr schön, Schnappmaulbeutelgewebe Nummer 1 erhalten. Weiter geht's. Aufzug Schnappmaul Nummer 2. Oh, schön, Bauteil entfernt. Bauteil entfernt. Hoppla. Und? Ach, Mann. Mach doch nicht sowas. Munition. Munition, Munition. Komm mal ran hier. Dankeschön. Gut. Ich bin gerade noch rechterlich ausgeblieben. Hör doch mal auf mit dem Eisscheiß hier. Was schießt du? Das waren so Krokodile, äh, also Eiswesen. Dödes Ding, du Pfeil. Fauch, Mecker, Ibebe. Näh. So. Was für Aufgaben waren wir noch? Wir haben noch den... ... ... ... ... ... ... ... den wir noch aufbessern wollen. Dettacke. Nee, das sind so scheiße Affen. Ja, sehr toll. Ich liebe diese Affen. Na gut. Rüber da. Nein. Das ist die Stelle. Mit den Affen. Ach, nach unten. Na gut. Aber auch nur, weil ich dieses Upgrade haben möchte. Weil Scharfschussbogen, ihr seht es ja selber, ich stehe voll auf diesen Arm. Wobei so krass sind die Äffchen natürlich auch nicht, ne? So, ich glaube, ich sehe sie schon. Der Feste, es war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. Der guckt sich jetzt erstmal an, wo sein Teil hingeflogen ist. Ach, wüsste was. Ja, was ist das denn? Da ist so ein Affe. Ah, und das ist wieder eine Nacht. Ich sehe wieder gar nichts. So, ab durch. Und auch nochmal hier ein bisschen auf eine andere Waffe wechseln. So. So. In... ...Gesicht. Affenluft, ja, genau. Was machen Affen, wenn sie ihr Revier verteidigen wollen? So ist, ich muss hier eigentlich mal eben kurz weg. Ähm, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich echt kaum noch Gegenstände zum Heilen habe. Also, reingenommen, ich habe gar keine Items mehr zum Heilen. Sie suchen nach mir. Und das finde ich nicht gut. Und das finde ich nicht gut. Tu mal nicht so, als hättest du mich gesehen. Blöder Affe, du. Captain Planet? Ja, boah, eine geile Serie. Ach, ja, natürlich, weil Druckwellen auch durch Bäume kommen. Ah, das wird ätzig jetzt. Vor allem da oben ist ja noch einer, ey. Was ist das denn schon wieder für ein Scheiß-Move gewesen? Und warum habe ich schon wieder keine Heiltränke dabei? Ich habe immer die ganze Zeit Heiltränke dabei gehabt. Und natürlich komme ich hier an so einen Scheiß-Baum wieder an. Ach, nerf das gerade. Das ist nerf. Vor allem, ich habe immer Heiltränke dabei. Ich habe dafür... Wink dich mal nicht so doll. Weil ich muss nämlich Das Ganze Jetzt mal eben auf Entfernung machen Boah So jetzt gib mir die scheiß Item was ich brauche Da ist der letzte Ohne Munition kann ich Oh da ist ja noch so einer Wie viele denn noch Sag mal warum hab ich denn verdammt nochmal Keine Heiltränke Ich hab doch hier einen Heiltrank Was für ein Schwachsinn Beinahe hätte ich ihn übersehen Hm Na komm, tobt mal nicht so doll. Ich will dich nur abschießen. Ein blödes Ding. Geht doch. Geht doch. Ich sollte diese toten Maschinen plündern. Vielleicht haben sie die Teile, die ich brauche. Das wäre sehr, sehr gut, wenn sie die hätten. Aber es sieht irgendwie nicht so gut aus. Da oben habe ich noch was. Toll. Nicht das, was ich finden wollte. Weiter im Programm. Muss man manuell in das Menü legen. Das ist so. Hohl. 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 aber egal haben wir müssen hier noch unbedingt mehr von den leutern sammeln ja da sind sie doch werden brauchen werden sonst werden uns haben wir mich gleich ein hartes problem beim kämpfen ja schon mal anfangen wieder ein paar teile zu bauen ich will ja gar nicht so viel ich will ja eigentlich nur einmal noch mal die gegenstände aufrüsten mehr will ich ja gar nicht so schön dass jetzt aber endlich wieder tag ist ah toll hätte ich mir vorher als als fähigkeit ansetzen müssen oder als aufgabe dass ich nur mal den den heilkräuter ähm dings heute dazu packe diese kiefer können metall und knochen gleichermaßen zermalmen nobody's here wir machen es gemütlich die Erschrocken? Jetzt verschwindet schon. Döde Pelikanverschnitte hier. Döde Pelikanverschnitte. Mit dem Überbrücken lasse ich einfach mal. Aber zur Not kann ich einen stillen Schlag ausüben. Wenn ich hier gleich nochmal irgendwie... Das finde ich gut. Ich ditsch dich an, aber ich habe keine Ahnung was du bist. Ich geh da mal wieder. Tschüss. Ich glaube wenn ich jetzt einen stillen Schlag mache, ist dieser stillen Schlag auch schödlich. Verdammt. Ach man. So, hat er jetzt davon. Ey, das war ja wohl völlig daneben geschossen. Okay, da war ich auch selten blöd. Da stelle ich mich auch ins Feuer. Naja. Die ist nicht mehr wo ich bin. Ah, diese Angriffe, na. Wenn die eigentlich... Das ist mein Move. Mit einer Pirouette. Aber wieder nicht den Gegenstand bekommen, den ich brauche. Ich sollte alle Maschinen-Kadaver plündern. Sie könnten Teile haben, die ich brauche. Wieder nicht das gefunden, was ich brauche. Ich brauche zwei davon. Ich habe nicht alle Teile gefunden. Ich sollte noch woanders suchen. Und jetzt wird wieder der nächste Punkt gesucht. Ach, wisst ihr. Was genau mache ich denn gerade für Aufgabe? Trafschussbogen. Ja. Ganz ehrlich. Die Rüstung haben wir schon aufgebessert. Nein, die Rüstung können wir schon aufbessern. Dann lasst uns mal eher darum kümmern, dass wir unsere Main-Quest weiter machen können. Dann sprinten wir jetzt einfach in die... In unser Häuschen zurück. Ah, okay. Wir sind halt eben von hier in unsere leere Bude. Und dann kümmern wir uns darum, einen komischen riesen Vogel zu überbrücken, wa? Das wird ein Spaß. Vor allem diese Viecher sind echt heftig. Diese Feuervögel. Zumindest kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, was für einen Spaß ich das letzte Mal mit denen hatte. Äh, geht's nicht lang. Alles klar, André. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und wie gesagt, sobald ich hier mit der Werkbank durch bin... Muss doch eigentlich auch nochmal diese Kisten liegen. Da ist die Kiste. Achso, die Kiste hat nichts. Schade. Dann auf zur Werkbank. Waffen-Upgrades gibt's glaube ich nicht. Was wir gerade upgraden können. Also, können schon... Oh doch. Den können wir upgraden, theoretisch. Ja, auch wenn wir das eigentlich nicht machen, dass das klingt. Oder selten nutzen, besser gesagt. Aber krass, den können wir auch noch auf dem zweiten erhöhen. Macht zumindest nochmal den Explosionsschaden deutlich höher. So, Outfit Upgrade. Bling! Ja, hier fehlen mir jetzt Steinbrecher Grabeklauen. Nicht so geil. Aber gut. Wie gesagt, wir haben dafür nochmal ein bisschen mehr Rüstung bekommen. Finde ich schön. Schauen wir nochmal, was wir hier an Überbrückungen lernen können. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir... Ne, Brüllrückenbeutelgewebe. Nichts, was wir verbessern können. Und die letzten fünf gibt es natürlich in der letzten Brutstätte, die... ...ein bisschen krass ist. Aber gut. Was willst du machen, ne? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der... Ja, in der nächsten Action wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.